Hallo und herzlich willkommen bei Jusprofi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für recht interessieren. Heute habe ich einen ganz spannenden Interviewgast, wie immer eigentlich, aber heute geht es um ein Startup, und zwar um das Startup-Koncierge von Herrn Magister Alexander Krieser. Hallo. Hi Boris, danke für die Einladung. Hallo Alexander, schön, dass wir heute wieder miteinander reden. Ja, total spannend, bevor wir über dein Startup reden, beziehungsweise kannst du vielleicht ganz kurz anteasern, was dein Startup ist, und dann gehen wir von Anfang an den Podcast-Verlauf durch. Ja, sehr gern. Also, Konserge ist kurz zusammengefasst eine Vertragsaufstellungssoftware, speziell entwickelt für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, und dabei handelt es sich, im Gegensatz zu allgemeinen Vertragsgeneratoren, in einem Maßanzug. Also, wir schneidern die Software individuell auf Kanzleibedürfnisse zu. Okay, super spannend. Ist ja auch recht einfach zu verstehen. Ja, dann würde ich vielleicht jetzt einmal darauf eingehen, Wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du JUS studiert hast? Warum bist du überhaupt Jurist geworden? Und warum hat dich nicht beispielsweise Wirtschaft interessiert als heutiger Startup-Gründer? Ja, also, gute Frage. JUS war tatsächlich keine Entscheidung, die ich schon im frühen Alter davon habe. Meine Eltern sind nicht Juristen, keine Anwaltsfamilie, aus der ich stamme. Ich habe 2011 maturiert von der AHS Heuerstattelgasse und habe dann nicht wirklich gewusst, in welche Richtung ich gehen möchte. Auf der AHS lernt man ja so ein bisschen was von allem. Und dann hat sich für mich dann im Sommer 2011 die Frage gestellt, okay, worin geht die Reise weiter? Und meine Eltern haben mir dann ebenfalls diese Frage gestellt, nachdem ich sie ganz gut von mich hingeschoben habe, mehrere Wochen und Monate lang. Aber irgendwann musste dann die Entscheidung her. Meine Eltern haben mich dann gefragt, was willst du machen, Alex? Und ich habe dann gesagt, ja, so ein Jahr mal in der Weltgeschichte rumreisen, wäre ganz weit und danach schaue mal vielleicht Medizin. Kannst du dir vorstellen, wie meine Eltern darauf reagiert haben? Nein, nicht besonders begeistert. Und sie haben es dann geschafft, mir diesen Plan, unter Anführungszeichen, den ich hatte, auszureden. Ich glaube, ich wäre auch nicht wirklich weit gekommen mit dem, was ich mir erspart habe in der Weltgeschichte. Wäre sich keine große Reise ausgegangen. Und ja, ich habe dann mal den Blick geworfen ins Studienverzeichnis, was es da so gibt. Und meine Mama hat mir da erfolgreich den Floh ins Aue gesetzt, schau dir mal Jus an. Und ja, das war dann echt eine Sache, probieren wir es mal, schauen wir es uns mal an. Es gibt ja keinen Aufnahmetest, ging jetzt zur Medizin. Das heißt, die Barriere war relativ einfach, wenn ich es gerade lasse. Das war dann im Oktober 2011. Okay. Genau. Und ja, ab dem Zeitpunkt war ich hooked. Also es gab dann ein paar Vorlesungen, gerade so im Bereich Privatrecht, die mich so interessiert haben, dass ich mehr wissen wollte, mehr lernen wollte in dem Bereich. Wem? Welche Vorlesungen? Spitzer. Shoutout an Professor Spitzer. Peter, ja. Cooler Typ. Also er hat mich begeistert, er hat mich gepackt, im U11 war das, glaube ich, im Hörsaal. Ja, ja. Ich auch. Also ja, damit war es quasi ein steingemeißelt. Fünf Jahre später habe ich dann das Studium beendet, da in Geredigung. Und genau, dann. Wie bei so vielen merkt man so einen roten Faden, fast das viele, ich sage nicht alle, es gibt tatsächlich einige, die sagen, ja, ich wusste vom Kindergarten an, ich muss irgendwie Verfassungsrichter werden oder so. Aber die meisten sind irgendwie ins JUS-Studium so geschnittert aus Mangel an besseren Ideen. So auf dem Motto, JUS is JUS-Gur. Und da wird man schon irgendwie was damit anfangen können. Ja, na, sehr ähnlich war es bei mir auch. Ja, also bei mir war es ähnlich, ja. Ja. Okay, aber es hat sich ja nachträglich als gut und im Endeffekt während dem Studium wird man dann eh durch die Härte der Prüfungen häufig nachgefragt, willst du eh noch weiter studieren, sozusagen. Und wenn man die Prüfungen dann ernst nimmt und sie schafft und wirklich hardcore lernt, dann ist das eh schon eine Antwort, ja, ich möchte mich weiter damit auseinandersetzen. Es sind ja genug Leute auch während dem Studium dann weggefallen. Ja, voll. Also das, es gibt zwar, wie gesagt, keine Auftrageprüfung, zumindest nicht damals, als ich angefangen habe, aber das DEOP war irrsinnig hart. Das waren die ersten paar Semester sehr herausfordernd. Und also das, was quasi im Vorfeld nicht ausgesiebt wurde, wurde dann halt im Laufe des Studiums geprüft und dann, ja, ausgesiebt. Ja. Okay, und dann hast du das Studium beendet. Wie lange hast du gebraucht für das Studium? Fünf Jahre. Okay, so. Einen typisch schnell eigentlich. Ja. Ja, ein bisschen über die Mindeststudienzeit. Genau, ja, ja, aber... Aber unter der Durchschnittszeit? Ich glaube, Durchschnittszeit sind sechs Jahre. Sind sechs Jahre, das war gar nicht weiter. Also, dann bis Ende. Ist aber vollkommen egal. Ja. Weil du hast danach dann, nehme ich auch mal an, das Gerichtshoe gemacht. Genau. Ja, okay. Ja. Ich war am BG Donaustadt. Ja. Wohnte bei der Staatsanwaltschaft Kronenburg. Mhm. Und bei der Staatsanwaltschaft habe ich dann bereut, nicht die Übernahme gemacht zu haben. Das war sehr spannend. Also, sowohl BG als auch SDA war beides sehr spannend. Also, ich habe dann noch ein paar Mal geliebäugelt mit dem Staatsanwaltberuf. Also, da hat man sehr imponiert. Ich hatte eine super Ausbildungsrichterin beim BG und Ausbildung Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft. Das war eine spannende Zeit, ja. Mhm. Genau. Okay. Und dann hast du dann gesagt, okay, es soll man ja doch nicht irgendwie Staatsanwaltschaft oder Richtertum werden. Ja. Und Rechtsanwalt, war das sein Thema? War natürlich eine Option, ja. Ich hatte auch Erfahrung schon während dem Studium bei einer Rechtsanwaltschaft Kanzlei. War auch wirklich eine gute Erfahrung. Ich konnte eine gute Ausbildung genießen als studentischer Mitarbeiter. Aber irgendwas hat mich schon immer in diese Startup-Richtung gezogen. Ja, ich wusste nicht genau, was es ist, aber ich hatte schon immer, ich habe schon immer viel Gefallen daran gefunden, Dinge zu optimieren und zu verbessern. Und gerade in dieser Zeit, in der Kanzlei, habe ich gesehen, dass es ein paar Dinge gibt, die laufen richtig gut, wie geschmiert, ja. Und ein paar Dinge, die kann man besser machen. Und genau die Dinge, die man besser machen kann, da habe ich mir gedacht, die würde ich gerne angehen, ja. Und für mich war es dann, war dann die Entscheidung irgendwann fällig, ja, okay, in welche Richtung gehe ich nach dem Studium? Und so das einschneidende Erlebnis, das ich dann hatte, war, ich wollte ein Startup gründen. Ja, das hatte nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Ganz was anderes ging, sagen wir, Richtung Online-Shopping und zentrale Wunschliste. Egal, ja, aber wir waren vier motivierte Freunde, die gemeinsam gründen wollten. Keiner davon konnte wirklich programmieren und einen Prototypen umsetzen, ja. Und das halt bei einem IT-Startup ganz schlecht. Und für mich war das dann der Zeitpunkt oder der Moment, wo ich realisiert habe, okay, in der Zukunft, wenn ich eine Idee habe, wenn ich was optimieren, wenn ich was verbessern möchte und ich habe gesehen, was es alles zu verbessern gibt in der Rechtsbranche, dann möchte ich zumindest in der Lage sein, einen Prototypen zu erstellen. Ja, und für mich war das der Startschuss für das TU-Studium danach. Also habe ich mich dann an der TU inskripiert seit 2018, habe das Programmieren gelernt. Eben mit dem Ziel, falls mal eine Idee daherkommt, was konkreter wird, möchte ich in der Lage sein. Welches Studium war das? Wirtschaftsinformatik. Okay. Genau. Und dort ist das Curriculum mit Schwerpunkt auf Programmieren? Die ersten zwei Semester gibt es Einführungen in die Programmierung, eins und zwei. Ja. Und die habe ich besucht. Und am Ende hatte ich das Gefühl, okay, ich bin vielleicht nicht ein guter Programmierer. Nach zwei Semestern sollte das niemand von sich behaupten, der davor noch nie Erfahrung gesammelt hat in dem Bereich. Aber ich hatte zumindest das Gefühl, ich kann mir viel selber beibringen. Das Wissen ist draußen, wir müssen wissen, wo wir nachsuchen. Okay, das heißt, du hast die Basics auf der TU gesammelt. Genau. Du hast daran gelernt, das Basiswissen für einen Programmierer, um einmal zu wissen, wo man nachschauen muss, damit man überhaupt weiß, was man macht. Also hast du das Werkzeug ein bisschen beherrschen gelernt. Genau, ja. Okay. Und das hast du aber in zwei Semestern dann doch geschafft. Also diese Grundlagen zumindest vom Programmieren, um sich dann selber weiter immer über Google oder ChatGPT oder wo auch immer dann die weiteren Infos zu holen. Genau, ja. Also welche Programmier-Sprache war das? Ich habe Java gelernt und bin jetzt aber auf Python übergestiegen. Und euer Startup basiert dann auch auf diesen Technologien? Okay, cool. Das heißt, du hast dir das dann selber beigebracht auf der TU. Hast du das Studium dann noch fertig gemacht? Nein, das war dann nicht notwendig. Also es waren dann irgendwas zwischen zwei und drei Semestern. Es war dann so das dritte Semester, da habe ich schon gemerkt, okay, ich muss das Studium nicht fertig machen, um dort hinzukommen, wo ich hin möchte. Und ja, um ehrlich zu sagen, Mathematik, also das Fachmathe war dann auch so ein bisschen der Todesstoß für mich, nachdem die Matura doch schon ein Zeital her war bei mir. Also ich hatte dann nicht das Bedürfnis, dann noch den Bachelor zu machen. Und genau, dann war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt etwas mit diesen Programmiersprachen anfangen. Du musst dich nochmal kurz berechnen, weil das interessiert mich wirklich sehr. Also du hattest nur, dass die Zuhörer und auch ich das wirklich gut nachvollziehen können. Du hattest davor wirklich null Programmierkenntnisse. Null. Du hattest nicht als Teenager irgendwie an PC irgendwas da programmiert, also du bist nicht so der typische Mini-Arzt damit, oder? Programmiert nicht. Ich hatte immer eine Faszination für Computer. Aber jetzt nicht mehr als jetzt einmal nachschauen, dass man irgendwie irgendwelche besonderen CMD-Command in diesem schwarzen Kastl darüber hinaus, also bei Windows oder so. Konnte ich nicht, aber ich fand es faszinierend, wie diese Dinge per Computer. Funktionieren, wie Programme funktionieren, woraus Webseiten bestehen, was das eigentlich ist. Also du hast dann immer als Außenstehender sozusagen eine Faszination gehabt. Und das finde ich wirklich bewundernswert, dass du es geschafft hast, in zwei Semestern, also mehr oder weniger in einem Jahr, dir diese Basics anzueignen. Vielleicht greife ich ein bisschen vor in die Rubrik Tipps und Tricks für junge Juristen. Aber würdest du sagen, dass ein durchschnittlicher Jurist, ohne dir zu unterstellen, dass da nur ein durchschnittlicher Jurist ist, aber würdest du sozusagen meinen, dass jeder Jurist oder jeder Juristin in der Lage wäre, sich in einem Jahr so ein Basic an Programmierkenntnissen anzulernen? Und braucht es dazu aus deiner jetzigen Sicht wirklich zwei Semester an einer Uni? Oder glaubst du, kann man das auch in einem Halbjahr oder so mit einem ordentlichen Online-Kurs sich selbst beibringen? Auf YouTube oder Udemy oder wie die alle heißen? Ja, also wenn man das nötige Sitzfleisch hat, muss es nicht die TU sein. Die TU war halt ein guter Ort, weil es mir Struktur gegeben hat, weil ich diese Pflichtübungen hatte, wo ich hin musste. Ich bin so der Typ, der sich gerne dann selber dazu verpflichtet, etwas zu machen, weil dann muss ich es machen und dann geht auch was weiter. Und in diesen zwei Semestern hat das echt gut funktioniert. Ja, ich würde aber keinem raten, dann direkt nach den zwei Semestern komplett alleine eine Software zu programmieren, weil das sollte man sich noch immer, so wie ich es dann auch gemacht habe, Rat und Beistand und einen Co-Founder suchen, wenn man was funden möchte, einen Startup gründen möchte, der wirklich dann Programmierkenntnisse hat. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend, um dann eben mit jemandem, der diese IT-Rolle dann in einem Startup einnimmt, dann sich zu unterhalten. Und das ist viel wert, wenn man dieselbe Sprache spricht. Und das war dann, ich sage jetzt mal, ist jetzt auch der USP von Concierge, weil ich sowohl die Sprache von Juristen und Juristinnen spreche, als auch die Sprache von Programmieren. Und da so diese Schnittstelle jetzt bin in diesen zwischen den zwei Bereichen. Hast du in dieser Zeit gearbeitet parallel oder warst du 100% committed aufs Programmieren Lernen? Ich habe nebenbei dann gearbeitet. Also ich habe eigentlich nebenbei studiert und Vollzeit gearbeitet. Und dann mal Teilzeit gearbeitet, ein bisschen mehr fürs Studium gemacht. Okay. Dann schon langsam in Startup-Luft geschnuppert. Super, super. Okay. Und gehen wir jetzt in Medias Res, würde ich sagen, wie hat sich das entwickelt, die Idee zu Concierge? Ja. Der Name, warum heißt das? Concierge. Concierge. Ich weiß, das ist nicht immer ganz eindeutig, woher es kommt. Aber diesen Namen setzt sich zusammen aus dem Concierge, aus dem Französischen, dem Diener und dem Konzipienten oder der Konzipienten und zusammengewürfelt, ist dann der Concierge entstanden. Also das K und Z kommt vom Concierge und der Koncierge, der Rest ist vom Concierge, aus dem Französischen. Okay. Genau. Und so verstehen wir uns auch. Also wir sind Dienstleister für Rechtsanwaltskanzleien. Ja. Das heißt, wenn du der Konze, der Partner, der studentische Mitarbeiter, wer auch immer bist, in einen Vertrag stellen musst und du verwendest Concierge, dann weißt du, die Muster der Kanzlei sind in Concierge eingespielt. Ja. Das ist das, was ich sagen wollte mit dieser maßgeschneiderten Lösung für Rechtsanwaltskanzleien. Das heißt, man kann den Stil der Kanzlei beibehalten, beispielsweise den Schreibstil, den, 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 die Art des Aufbaus, des Inhalts. Genau. Also die ganze Formatierung, der Inhalt bleibt genau so bestehen. Genau. Das Einzige, was wir machen ist, wir identifizieren bestimmte Datenpunkte in diesen Mustern, in diesen Kanzleimustern und bestimmte Logiken. Ja. Beispiel beim Immobilienkaufvertrag hat man beim Ausländergründerwerb eine aufstehende Bedingung meistens in dem Kaufvertrag drinnen. Ja. Weil die Grundverkehrsbehörde bei dem zustimmen muss. Genau. Und das, was wir machen ist, beim Käufer zu überprüfen, handelt es sich um einen Drittstaatsangehörigen und dann fügen wir diese Klausel nach dem Muster der Kanzlei ein. Also der Inhalt aller Klauseln bleibt genauso wie es ist. Es verändert sich kein Beistrich. Es werden diese rechtlichen Logiken und das, was der Anwalt, die Anwältin im Kopf hat, wird in das System in Konzerge übertragen und es damit zentralisiert an einem Ort. Mhm. Wie ist das mit den Daten? Also die Kanzlei denkt sich, ja, wir haben einen großen Workload an Vertragserstellungen und wir wollen das eigentlich quasi sozusagen an eine Software auslagern. Das wäre dann ihr. Und die sagen dann, okay, wir haben hier im Keller, was weiß ich, sieben Jahre an alten Fällen und Verträgen. Bitte speist das in unsere Datenbank ein oder wie funktioniert das? Das ist Teil vom Projekt, das wir in Zukunft angehen möchten. Das, was Konzerge jetzt kann, ist den Erstentwurf eines Vertrags zu erstellen. Und das um einiges effizienter und ohne den repetitiven Aufwand, den es sonst braucht. Ich erkläre es immer gerne an von einem Beispiel. Also wenn wir beim Immobilienkaufvertrag noch bleiben. Das, was im Endeffekt dann du, wenn, sagen wir, du bist Konze in einer Rechtsumweltskanzlei vor dir hast, ist den Konzerge. Du weißt, die Muster der Kanzlei sind da eingespielt. Im ersten Schritt holst du dir mal den Grundbuchsauszug. Ja, wir haben eine Schnittstelle zum Grundbuch. Damit importieren wir schon bestimmte Daten zum Verkäufer, die Stammdaten, Adressdaten, die Anteile, die erhält, die B-Laufnummer, unter der er eintragen ist und die Belastungen, die es gibt aus dem C-Blatt und aus dem Einblatt. Also diese Daten holen wir schon aus dem Grund. Aussehen heißt, okay, sehr gut, das wollte ich fragen. Genau, genau. Dann im zweiten Schritt gibt man den Käufer ein, heißt Stammdaten, Adressdaten, dann braucht man noch den Kaufpreis und du kannst dann noch auswählen in Konzerge, willst du den Vertrag verkäuferfreundlich haben oder käuferfreundlich haben. Und das, was Konzerge für dich macht, ist dann eben diese Formulierungen aus deinen Klauseln auszuwählen und diesen Vertrag, diesen Vertragsentwurf zu erstellen. Und du kannst dir dann das ganze Konvolut an Dokumenten runterladen, heißt Kaufvertrag, Treuhandvereinbarung, Rangordnungsgesuch, KYC-Dokumente, Treuhandkontoeröffnungsanträge. Alles, was du brauchst im ersten Schritt, lädst du dir runter als Word-Dokument und arbeitest dann weiter. Und du kannst dich darauf verlassen, dass das, was Konzerge ausspuckt, ein richtig guter Erstentwurf für seinen Immobilienkampf. Du sagst, du kannst dich darauf verlassen. Wie ist das mit der Haftung? Dann ist natürlich, also die Endverantwortung trägt der Rechtsanwalt, der zeichnet im Wesentlichen. Also wir providen diesen Erstentwurf und dann wird er weiter damit gearbeitet. Damit ist die Sache ja noch nicht erledigt, klar. Sondern dann werden bestimmte Formulierungen noch individualisiert und... Aber der Anwalt muss sich jetzt keine Sorgen machen darüber, dass es ein Zahlendreher ist irgendwie bei den Grundbuchstaben oder sowas? Ganz genau. Es werden Berechnungen richtig vorgenommen. Es werden die Daten eben dadurch, dass sie nur einmal einzutragen sind, richtig, in dieses Formular, das Konzerge zur Verfügung stellt, wird sichergestellt, dass diese Daten auch richtig in alle Dokumente eingetragen werden. Und der Anwalt spart sich auch die Grundbuchauszugskosten und dann... Die rechnen wir ab. Also er spart sich dann auch von der Eingabe vom Verkäufer von den Belastungen in alle seine Muster. Also in Kaufverträgen... Aber da vernetzt er sich dann auch darauf, dass ihr die Abfrage richtig gemacht habt, oder? Natürlich, ja. Also wenn das nicht passt, dann glaube ich, gibt es schon wieder ein Problem mit der Haftung. Naja, nicht. Wobei, heilig, weil im Endeffekt das, was wir machen, ist, die Daten aus dem Grundbuchauszug zu visualisieren in dem Formular. Das heißt, man kontrolliert dann nochmal die Daten vom Verkäufer, ob die richtig eintragen sind, ob die Belastungen richtig eingetragen sind im Webformular. Hat er nochmal die Möglichkeit, Korrekturen vorzunehmen. Wird in der Regel nicht notwendig sein, weil das System gut funktioniert. Und dann, als quasi zweite Line of Defense markieren wir in den ausgegebenen Entwürfen, markieren wir die Textstellen gelb, die vom Concierge eingetragen worden sind. Das heißt, das ist dann der zweite Moment, wo ein menschliches Augenpaar, das juristisch geschult ist, nochmal drüber schaut. Und erst dann, wenn der Vertrag geprüft wird, dann geht er raus an die Mandanten. Okay. Die Datenbasis nochmal für diese Vertragsentwürfe. Wie viele Verträge braucht ihr da von den Kanzleien, damit ihr da ordentliche Entwürfe liefern könnt? Und im Wesentlichen, was wir jetzt gesehen haben, ist, in der Regel hat eine Kanzlei mehrere Entwürfe für, sagen wir, einen Wohnungskaufvertrag. Der eine ist verkäuferfreundlich formuliert, der eine berücksichtigt Einzahlmehrzahl. Was wir machen können, ist, alle diese Muster und Varianten von diesen Mustern zusammenzuführen zu einem Master-Dokument, nennen wir es. Und dieses Dokument spielen wir dann in Konzerge ein. Damit erspart man sich im Wesentlichen dann auch das richtige Muster rauszusuchen, sondern man weiß, okay, wenn man Konzerge verwendet, zwei Käufer eingibt, einen Käufer, dann wird das alles im Vertrag berücksichtigt und zieht sich logisch durch. Das heißt denn, als Kanzlei muss man euch quasi nur jeweils für jede Konstellation einen Vertrag zur Verfügung stellen, mindestens, oder? Genau. Oder maximal, boah, darf man dann noch mehr zur Verfügung stellen, oder macht das keinen Sinn, oder? Doch, also, so wie wir es handhaben, ist, wenn eine Kanzlei sagt, wir hätten noch gern die und die Klausel in den Vertrag, dann schicken sie uns die und bespeisen die. Ja, ich habe ja auch in einer Kanzlei gearbeitet, beziehungsweise in mehreren Kanzleien auch, und habe auch immer wieder Kaufvertragsinterwürfe anfertigen dürfen. Und in den Fragen, die ich quasi lösen wollte, war unsere Lösung damals immer, ich habe den Rechtsanwalt gefragt, was für eine Konstellation das ist, und dann habe ich gesagt, ah, schauen Sie in dem, dem oder dem Fall nach, dort war das so ähnlich, und nehmen Sie sich den Fall so als Muster sozusagen, ja. Genau, habe ich quasi das einfach dasselbe, was ihr macht, nur manuell gemacht, sozusagen. Ich habe es dann gemacht, ja. Ob das, und dieser eine Zwischenschritt, den quasi lagert, können, kannst du einen jetzt auslagern mit dem Erwerb der Software. Ist das ein Software-as-a-Service oder ist das ein einmaliger Kauf von einem Arzt dann, oder wie funktioniert das? Genau, also Software-as-a-Service ist unsere Dienstleistung. Das Webformular wird dann eben zugeschnitten auf die Muster. Das ist der Maßanzug, den wir anbieten im Vergleich zu anderen, wo wir uns auch abheben, dass das Formular die Datenpunkte, die wir aus dem Muster identifizieren, beinhaltet, ja. Also jedes Formular, das wir einer Kanzlei zur Verfügung stellen, schaut anders aus als das Formular einer anderen Kanzlei, ja. Und das, was dann eben möglich wird, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass man bestimmte Logiken, von denen du jetzt gesprochen hast, ja, die Klausel oder die Klausel, dass man die abspeichern kann in diesem zentralen Muster und die jederzeit Zugriff darauf hat, ja. Und dann über das Formular gewisse Dinge steuern kann. Zum Beispiel, es gibt ein Pfandrecht, das ist rauszulöschen und es ist eine Löschungserklärung beizubringen. Das alles macht man über Concierge und Concierge fügt dann den entsprechenden Text, laute Muster. Ja. Eigentlich ist es ein relativ simples Modell, ja, also easy zu verstehen. Warum, meine kritische Frage, warum sollten Rechtsanwälte dafür Geld ausgeben? Warum sollen sie nicht irgendwie den Konzipienten, denen sie eh schon ein Gehalt zahlen und eh schon mit Überstunden im All-In-Vertrag zuschiften, nicht das auch noch machen lassen? Gute Frage. Also, ich sage auch immer dazu, dass, was wir anbieten, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, ja. Das ist ein Formular, durch das man sich durchklickt, wo man einmal Daten eingibt und man weiß, die Verträge, die am Ende rauskommen, die passen, ja. Und man kann gut mit ihnen weiterarbeiten. Wir schaffen oder wir vermehren dadurch genau das Gut, dass ohnehin jeder von uns, ja, aber speziell Anwälte, Anwältinnen, ohnehin viel zu wenig davon haben, ja, nämlich Zeit. Und das ist Zeit für eine bessere Verhandlungsvorbereitung, das ist Zeit für eine bessere Mandantenbetreuung oder das ist Zeit, um eine Stunde früher nach Hause zu gehen, ja. Das, was wir machen, ist den Leuten in der Kanzlei Zeit zu geben und ich bin mir sicher, dass sie genau wissen, was sie mit dieser Zeit am besten anfangen können, ja. Okay. Und vielleicht auch einen Ausblick gleich in die Zukunft, ja. Das ist nicht das, wo wir jetzt aufhören, ja. Konzerge wird ständig weiterentwickelt und das, was wir jetzt machen dürfen, ist ein Forschungsprojekt im Bereich Künstliche Intelligenz, wo eben genau das möglich ist, was, oder möglich sein wird, was du vorhin angesprochen hast, nämlich, dass man seine Verträge, nämlich alle seine Verträge und Muster, die man hat, hochzuladen in ein System und damit sein eigenes AI-Model zu trainieren und damit genau diese Situationen vermeidet, wo du auf der Suche nach einer Klausel bist und dann, sage ich mal, eine halbe Stunde schon damit verschwendet hast, zu suchen, bevor du zu deinem Kollegen oder Kollegin gehst und sagst, hey, weißt du noch, in welchen Markt diese Klausel ist und dann hoffentlich der Partner oder die Kollegin schon weiß, ja, dort und dort musst du nachsuchen, ja. Und das, also das, da wollen wir Kanzleien in der Zukunft die Möglichkeit geben, ihr eigenes Model zu trainieren, ja, um diesen Vertragsbestand, ja, den eigenen Vertragsbestand durchsuchbar zu machen. Du gibst ihm quasi ein Instandhaltungspflicht vermieterfreundlich und er spuckt dir deine Klauseln aus, ja, da wird auch nichts zwischen den Kanzleien geteilter Know-how, das bleibt alles in der Kanzlei-Domäne. Dann, wenn es keinen guten Suchtreffer gibt, im Vertragsbestand aus welchem Grund auch immer, dann soll es möglich sein, bestimmte Klauseln zu generieren, also im Bereich Generative AI bewegen wir uns dann. Und zu guter Letzt wollen wir dann noch möglich machen, dass man Vertragsklauseln analysiert anhand von OGH-Rechtsprechung, ja. Also du lädst dann deinen Mitvertragsentwurf hoch oder den von der Gegenseite und überprüfst anhand der OGH-Judikatur, ob bestimmte Klauseln risikoreicher sind und du kriegst quasi eine Art Analyse zu diesem Vertrag von Concierge geliefert. Das ist das, wo wir hinwollen, ja. Also sei einfach nur gesagt, die Reise ist noch nicht vorbei. Mit dem, was wir jetzt. Das ist eine Vision. Genau. Und wie, wann kann man erwarten, dass das Realität wird? Wir werden jetzt über einen Zeitraum von 18 Monaten die Förderung in Anspruch nehmen dürfen, ja. Ich bin noch etwas vorsichtig, ja. Es ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber wir haben die Förderzusage erhalten und jetzt sind wir gerade dabei, die Auflagen zu erfüllen. Genau. Und genau, also Projektstart ist jetzt schon und ab jetzt 18 Monate. Wir wollen so schnell wie möglich die ersten Ergebnisse testen. Es haben sich schon ein paar Kanzleien gemeldet, die eben Verträge zur Verfügung stellen wollen und auch mal testen wollen, wie gut die Ergebnisse sind, die das AI Model auswirft. Ja. Ich wollte vorhin nur dazu sagen, dass wenn man eine Kanzlei ordentlich führt, richtig ordentlich führt und mit beispielsweise einem Programm wie Advokat arbeitet und jeden Akt besonders vielfältig verschlagwortet und man sagt, okay, in dem Akt ist jetzt irgendwas Besonderes mit der Aufsandungserklärung gewesen beim Immobilienkauf oder was ähnliches oder das war eben so ein Fall, wo ein minderjähriger Verkäufer war oder was auch immer, dass man das dann reinschreibt, minderjähriger Verkäufer und dann weiß man, okay, ich habe für die Vergangenheit etwas, was ich so auf Advokat suchen kann mit dem Schlagwort minderjähriger Verkäufer und weiß ich, in dem Akt XY gibt es da schon was dazu. Ja. Wenn man das macht, dann kann ich nicht nur die Hand aufstrecken und gratulieren. Das machen die Wenigsten, ja. Das ist, denke ich, ein guter Punkt, ja. Das machen die Wenigsten und in der Regel ist halt eben das Know-how dezentral in zig Akten aufgeteilt. Ja. Und man muss sich merken, in welchem Akt liegt welches Know-how. Ja. Und wenn man es von Anfang an geschafft hat, diese Daten zu strukturieren, dann wie gesagt, höchsten Respekt und Gratulation. In der Regel sind es und bleiben sie unstrukturierte Daten. Und die zugänglich zu machen, halten wir für sehr user-friendly. Ja. Ich überlege gerade so, ich fantasiere ein bisschen in die Zukunft und überlege, dass plötzlich diese ganzen alten Akten, die in den Kanzlei-Kellern verstauben und verrotten, dass die plötzlich einen neuen Wert bekommen und dass die quasi als Grundlage für die Entwicklung spezieller AI-Modelle dienen kann als Datensubstanz. Ob das jetzt wirklich der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber das wäre schon ganz cool, wenn man in ein paar Jahren sagt, okay, wir digitalisieren jetzt mal alle unsere alten Akten und dann laden wir sie, ohne sie jetzt irgendwie lesbar zu machen, sondern einfach nur die Scans hoch, weil das macht dann eh auch die KI. Die KI erkennt dann beispielsweise auch, was ist ein Kaufvertrag, was ist ein E-Mail, was ist ein Begratenschreiben etc., ordnet das dann dementsprechend ein und dann in einem weiteren Schritt analysiert die KI auch noch, was erfolgreich war und was nicht erfolgreich war und filtert das dann so ein bisschen durch. Und dann hat man sozusagen entweder ein Kanzlei-eigenes Modell oder ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie mehrere Kanzleien sich zusammenschließen zu so einem Konsortium an Datenergeben sozusagen. Und die dann umso mehr aus Synergieeffekten profitieren. Also das ist schon alles sehr, sehr spannend. Also in der Vorstellung kann ich mir das schon ganz gut geben, aber ob das dann, wie das dann eine Realität dann sein wird und ob das dann, ich finde ja überhaupt sowas sollte dann frei zugänglich sein für alle. Also ich finde, ihr solltet euer Modell nicht nur B2B, sondern vielleicht sogar B2C anbieten, oder wer das auch was denkbar ist. Denkbar? Ja, wir haben uns jetzt klar für den Weg entschieden, mit Kanzleien zusammenzuarbeiten. Und wenn es Kanzleien gibt, die gerne dieses Modell dann nach außen tragen wollen, sagen wir nicht nein. Wir sind gespannt, was sich auf dieser Reise so entwickelt. Und wir verstehen natürlich auch, wenn Know-how, dass die Grundlage für diese anwaltliche Dienstleistung ist und die Geschäftsgrundlage ist, dass das nicht unbedingt dann nach außen getragen werden soll und hinaus. Also gibt es bestimmte Geschäftsrisiken, da muss dann jede Kanzlei für sich abwägen. Ja. Aber es wäre natürlich technisch möglich, sage ich jetzt einmal, dieses Model dann auch als, was weiß ich immer, in Form eines Chatbots oder sonst wie mit welchem User Interface nach außen zu tragen und anzubieten. Ja. Aber was wir jetzt machen wollen, ist Kanzleien die Möglichkeit geben, den eigenen Vertragsbestand besser zu nutzen und den Know-how besser zugänglich zu machen. Ja. Ich glaube, das ist nur der allererste Schritt. Ich glaube, dass es in ein paar Jahren schon viel, viel fortgeschrittener aussehen wird. Wir werden sehen, ja. Ich habe jetzt die Chat-GPT-Plus-Variante getestet und da gibt es ja auch schon einige Plugins, die mit Legal-Inhalten zu tun haben. Also da gibt es zum Beispiel, glaube ich, US-amerikanische und brasilianische Legal-Databases, die man da dazuschalten kann. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis man irgendwie jetzt hat, es gibt es auch irgendwie von österreichischen Anbietern die ersten KI-Modelle. Ja. Also es bleibt spannend. Ja. Dazu vielleicht ganz kurz. Der Dr. Tinhofer hat auf LinkedIn vor kurzem gepostet, dass es eine Bestrebung gibt, OLG-Urteile zu schwärzen und Personendaten rauszunehmen und Urteile zu anonymisieren. Und das ist natürlich dann auch spannend, wenn man nicht nur mit OGH, sondern auch mit den OLG-Urteilen arbeiten kann als öffentlich verfügbarer Datenschatz, kann man dann natürlich diese Models noch viel besser trainieren. Also OGH sowieso? Genau. Und OLG jetzt auch noch? Genau. Gibt es eine Bestrebung? Ja, werden wir sehen. Aber die OGH? OGH ist ja im Ries abrufbar. Genau. Ja, aber nicht als Large-Language-Model, wo man sich jetzt etwas eintippen kann als Chatbot und dann kriegt man eine Antwort oder so. Ach so. Nein, ich meinte, dass es Bestrebungen zur Schwärzung und Anonymisierung von Urteilen gibt, damit man sie veröffentlichen kann. Also OLG-Urteile, OGH-Urteile sind ja schon öffentlich. Ja, ja, ja. Sind ja schon anonym. Ach so, ich bilde mir eines. Wahrscheinlich bilde mir eines im Ries, kann man doch auch schon OLG-Urteile. Gibt es aber nicht alle. Ja. Genau. Und da sollen jetzt einige OLG-Urteile noch veröffentlicht werden. Okay. Weil Anonymisierung da halt ein wichtiger Part ist, damit man es veröffentlichen darf. Ja. Und da gibt es jetzt scheinbar ein paar gute Schritte vorwärts. Um noch mehr Daten im Ries abrufbar zu haben. Total spannend. Kommen wir zum dritten Teil. Es sei denn, du möchtest noch etwas Bestimmtes zum Hauptteil sagen. Beziehungsweise hätte ich vielleicht schon noch eine Frage an dich im Hauptteil. Wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag eigentlich aus? Was machst du den ganzen Tag als, ich nehme an, Geschäftsführer vom Konserv? Ja. Gute Frage. Also, ich bin so gefühlt Mädchen für alles in meinem eigenen Unternehmen. Es ist, zum einen bin ich sehr aktiv jetzt im Sales, Sales und Marketing. Versuche auch regelmäßig auf LinkedIn Content zu schalten und Aufmerksamkeit für diese Sache zu generieren, die ich für sehr wichtig halte. Und auf der anderen Seite bin ich auch noch in der Produktentwicklung drinnen. Also, ich hole Feedback von Kunden und mache daraus Anforderungen, um Konzert weiterzuentwickeln. Also, das ist eines meiner höchsten Anliegen, dass wir so nah wie möglich am Markt das Produkt entwickeln. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn der Hans, Diana und ich uns jetzt in ein dunkles Kämmerchen verziehen und entwickeln, entwickeln, entwickeln. Dann rausgehen und sagen, hier ist Konzert 2.0 mit AI-Tools und das will niemand. Also, da ist wichtig, dass es jemanden gibt, der regelmäßig mit den Kunden, die wir jetzt schon haben, spricht. Das bin halt ich. Und der dann auch das Feedback in technische Anforderungen übersetzen kann. Ihr seid zu dritt bei Konzert. Genau. Wir gründen nicht zu dritt. Seid ihr noch in der Gründungsphase jetzt und es wird eine GmbH, nehmen Sie einmal an? In dem Moment, wo die Aufzeichnung stattfindet, wird der Gesellschaftsvertrag geschrieben. Genau. Auch mit Kursherz. Der nicht, noch nicht mit Kursherz. Ja, tatsächlich noch nicht, aber in der Zukunft hoffentlich dann, ja. Ja, ja. Sehr perfekt dafür geeignet. Genau. Im Endeffekt ist das ja so eine Art wie so ein Baum, wo man immer verschiedene Abzweigungen nehmen kann. Und das kann man ja perfekt mit einer Software abbilden. Genau diese Erkenntnis habe ich eben so zwischen erstem und zweiten Semester auf der CU drin gehabt. Das ist, Jus ist ein riesiger Entscheidungsbaum. Ja. Und ich finde gerade im Strafrecht sieht man das auch ganz cool. Absolut. Und im Zivilrecht, dort wo wir hauptsächlich unterwegs sind, da gibt es dann, werden quasi die veräßte Lungen immer dünner und dann gibt es dann mehr Gestaltungs- oder Interpretationsspielraum. Ja. Ja. Und da, bis man quasi, wenn man dort ankommt, denken wir, dass dort AI ganz gute Leistungen erbringen kann in diesen Analysen und, und, und ervoieren von Interpretationsspielraum. In deiner Rolle als Geschäftsführer hast du mir im Vorfeld erzählt, hast du doch schon einige Male gepitcht. Wie, wie ist das für dich so? Vor wem hast du gepitcht? Warum und wie hat sich das dann entwickelt? Ja. Also wir, wir hatten das Glück, dass wir in zwei Programme aufgenommen worden sind. Es sind zwei Accelerator-Programme gewesen und da, um da reinzukommen, musste ich vor einer Jury und einem kleinen Publikum von 50, 60 Leuten pinchen. Das war ein drei Minuten Pitch plus zwei Minuten Q&A, also jetzt nicht lange, aber es fordert einen dann doch heraus, all das, was man im Kopf hatte und all das, was Concierge für einen ist, in drei Minuten zu packen. Ja, und das ist die eigentliche Challenge, Stand auf der Bühne zu stehen. Für mich auch noch immer eine Herausforderung. Ja, ich bin jetzt nicht so die, die Rampensauer und, und stehe nicht, wenn es nicht notwendig ist, gerne im, im Rampenlicht. Aber es gehört halt gemacht und mit jedem Mal, mit dem ich das mache, wird es besser. Das habe ich dann auch gemerkt und ja, das vierte Mal war dann schon einiges angenehmer, dann für eine Jury zu pitchen. Genau. Das war dann auch immer erfolgreich oder? Das war im Endeffekt, war das eine, also das Ziel von diesem Accelerator war, diesen Pitch zu verbessern und das Geschäftsmodell zu hinterfragen. Und das haben wir in drei Monaten dann ganz gut gemacht, gemeinsam mit ein paar Mentoren, die uns zur Verfügung gestanden sind. und am Ende hat man dann nochmal zeigen dürfen, okay, was hat sich getan in diesen drei Monaten und das war dann der letzte Pitch, mit dem ich gehalten habe. Ja. Wie viele Partner habt ihr schon? Also für die Rechtsanwälte, Kanzleien verwenden euer Tool schon? Wir sind jetzt mit Stand Mitte Juli bei knapp über zehn Kanzleien und sie uns verwenden. Nicht schlecht für den Anfang. Und natürlich nehmen wir alle anderen auch zufrieden und geben immer Feedback. Was kostet das überhaupt? Ja, also wir haben unser Pricing jetzt auf einem User-Based Preismodell aufgestellt. Das bedeutet, man zahlt pro Nutzer eine nördliche Lizenzgebühr. Dadurch, dass gerade zu Beginn einiges an Setup notwendig ist, weil wir ja die Muster der Kanzleien digitalisieren und in Concierge einspielen müssen, bedeutet das für uns einen Aufwand, den wir mit einer einmaligen Setup-Gebühr verrechnen. Und danach, wenn alle happy sind, die Partner happy sind, die Concierge happy sind, ab dann beginnt für uns der Support-Zeitraum, wo wir pro Stunde verrechnen. Aber da ist es uns wichtig, dass uns Kanzleien regelmäßig Feedback geben und wenn die Umsetzung von diesem Feedback nicht lange dauert, da sind wir beim Support nicht so genau und sitzen nicht mit der Stoppuhr da. Ja, ja, sehr gut. Und wie ist das aber jetzt mit diesem User-Based Approach? Das heißt, eine Kanzlei kann pro Mitarbeiter, ist ein Mitarbeiter ein User oder ist die gesamte Kanzlei ein User? Wie ist das? Das ist dann im Endeffekt Sache der Kanzlei. Also wir überprüfen nicht, ob sich jetzt zwei oder drei Leute mit einem User einloggen. Das, was wir machen, ist, wenn ein User eingeloggt ist und ein zweiter verwendet den selben Username und Passwort, dann loggen wir den bereits eingeloggt aus, damit sich der neue einloggen kann. Und wenn man so sich nicht gegenseitig in die Quere kommt, kann eine Kanzlei auch nur einen User verwenden. Ja, achten auch die meisten, sie starten mal mit einem und erweitern dann. Für alle, die Interesse haben herauszufinden, wie viel das kostet, die können dann sich bei euch direkt melden und ihr gibt es dann denen Bescheid? Genau. Also wir schauen uns dann an, wie gut die Muster strukturiert sind in der Kanzlei, wie viel Aufwand das bedeutet und wir machen bei der Kanzlei ein faires Angebot. Verstehe, verstehe. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in den dritten Teil über. Ja, weil Tipps und Tricks für junge Juristen, Studenten, Rechtsanwälte, Richter, alle möglichen, vielleicht sogar Leute, die Jus studiert haben und sich jetzt mehr für Programmieren interessieren. Was kannst du diesen Zuhörern mitgeben? Ja, finde ich eine super spannende Frage. Ja, also ich, das, was ich in den fünf Jahren beim Juridikum gelernt habe, war, Risiken zu vermeiden. Ja, vertraglich alles ausschließen, was geht. Ja, und immer auf der sicheren Seite zu sein. Und das, was ich jetzt lernen musste in der Zeit als Startup-Gründer, war Risiken einzugehen, nach draußen zu gehen, nicht zu wissen, wie kommt diese Lösung an, nicht zu wissen, stillt mir jetzt derjenige, mit dem ich rede, die Idee und läuft davon und macht ein eigenes Ding, ja. Aber man muss bestimmte kalkulierte Risiken eingehen, wenn man ein Startup gründen möchte und das ist das, was ich jedem… Was wäre ein Beispiel für so ein Risiko, so ein konkretes Beispiel? Zum Beispiel keine Idee abzuschließen, wenn man über die Idee spricht, ja. Weil das, was ich ziemlich schnell gelernt habe in Gesprächen mit Interessenten, also aus dem Bereich, aus dem Legal-Tech-Bereich, mit Investoren, Business Angels, da hätte mir wahrscheinlich jeder geraten, hey, schließ eine NDE ab und gib eine Vertragsstrafe rein in Höhe von, I don't know, 50.000 Euro. Ja, das unterzeichnete niemand, ja. Entweder du pitchst die Idee und erzählst, worum es geht und läuft Gefahr, dass derjenige, der da gegenüber sitzt, schlechte Absichten hat und das selber macht, ja. Oder du erzählst es nicht, aber nicht, also deine Idee nur für dich zu behalten, das Schlechteste, das gibt, ja. Also es sind so, sagen wir, zwei Tipps combined, ja. Zum einen, geh bestimmte kalkulierte Risiken ein, schau dich nicht davor. Man lernt nichts, also nichts anderes auf der Uni, ja. Man lernt risikoavers durchs Leben zu gehen und Startup ist genau das Gegenteil, ja. Und so die Mitte ist die Balance und da muss man hin. Und eben auf der anderen Seite, wenn man eine Idee hat, sofort rausgehen, validieren, Product Market fit finden, einen ersten Kunden finden. Sobald man einen ersten Kunden hat, das ist halt auch ein super Gefühl, ja, wenn man das entwickelt und dann wird es tatsächlich in der Welt verwendet, ja. Und wir sehen dann auch, wenn Verträge erstellt werden und, ja, das ist immer ein schönes Gefühl, ja. Aber man muss quasi dahin, um dahin zu kommen, muss man mit so vielen Leuten gesprochen haben, so viel Feedback eingesammelt haben und ziemlich grinden, ja. Und einfach durchbeißen bis zum ersten Prototypen und den muss man dann sofort auf den Markt bringen. Das ist das, was ich gelernt habe, ja, in meinen zweieinhalb Jahren Startup Journey. Ja, das heißt, von der Idee bis zum entwickelten Produkt hat es jetzt zweieinhalb Jahre gedauert. Von der, also Startup Journey war tatsächlich vor zweieinhalb Jahren als ein Freund, ja, ein guter Freund, der geborene Rechtsanwalt, arbeitet in einer Immobilienrechtskanzlei im ersten Bezirk. Er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Alex, schau dir mal diesen Prozess an, schau dir mal unsere Erstellung von Immobilienkaufverträgen an, da kann man sicher was machen, ja. Er hat damals eben schon ein bisschen programmieren können, das hat er auch gewusst und, ja, dann habe ich gemeinsam mit dem alten CTO dann einen ersten Prototypen entwickelt und das dann auch ein paar Monate später eben diese Kanzlei als ersten Kunden gewonnen, ja. Und das war, also vielleicht eine privilegierte Position, ja, weil nicht jeder quasi aus einem Auftrag heraus dann ein Startup gründen kann, sondern zuerst einmal eine Idee zur Welt bringt und dann mit dieser Idee erst marschieren muss und anklopfen muss von Tür zu Tür, ob das was ist. Aber, wie gesagt, das ist absolut notwendig, diese Idee validieren, das Geschäftsmodell validieren und das so früh wie möglich und dann das Produkt so nah wie möglich am Markt zu entwickeln. Und das ist, ich sage jetzt mal, mein Tipp für diejenigen, die vielleicht auch eine Idee haben, an die sie glauben, ja, oder ihnen etwas untergekommen ist, ein Problem untergekommen ist. Okay. Und für diejenigen, die Jus schon, die das haben und sich jetzt auch als Programmierer etablieren möchten oder das irgendwie kombinieren möchten, um ähnliche Probleme zu lösen, es gibt ja etliche Probleme, die man lösen kann in der Juristerei. Ja, am besten mal mit einem anfangen, eins aussuchen. Wenn man Starthilfe braucht, was Programmieren betrifft, bitte wenden es euch auch gerne an mich direkt, ich helfe da auch gerne aus. Also, das Wichtigste ist, dass man weiß, wo man nachschauen muss. Ist wie im Jus-Studium, ja, man lernt, wo man nachschauen muss. Ist im Programmierbereich nichts anderes. Es ist halt eine andere Sprache, die man lernt. Aber da kann ich gerne ein paar Tipps geben, ja. Also, also, am besten auch zu wissen, also, es hilft zu wissen, was für ein Lerntyp man ist und ob man sich in dieselbe Lage bringen muss, wie ich damals mit dem Jus-Studium. Oder ob man nicht einen Kurs macht, also ein Bootcamp. Da gibt es auch bessere und schlechtere, ja. Also, soll man auch wissen, worauf man sich einlässt. Aber Bootcamps haben auch ihre Daseinsberechtigungen und dann lernt man halt innerhalb von sechs Monaten Programmieren. Komplett valide, ja. Aber man muss herausfinden, was für ein Lerntyp man ist, damit man entscheiden kann, in welche Richtung man geht und ob sich Programmieren lernen für einen auszahlt. Ich würde sagen, das ist ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für die Zeit und wünsche dir viel Erfolg. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns bald wieder mit einem Follow-up zu besonders interessanten KI-Modellen, die es mittlerweile bei Concierge gibt. Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön. Ich freue mich schon auf das Follow-up-Gespräch.